So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ferien in der Luftfahrt mit mir, dem CruiseTeller auf dem wunderschönen Server von Oink Oink Kampfschwein zu einer kleinen Speedrunde heute. Ich versuche das möglichst schnell durchzuspüren, mal gucken ob ich es schaffe. Wahrscheinlich nicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ah, shit. Ja, da habe ich die Kurve nicht gekriegt. Redo? Redo? Leider geht das weiter nicht. Alter, was ist hier denn los? Wir fliegen die Leute bitte gegen. Okay, das wird doch nicht so schnell. Ich habe gedacht, top, top, die wehren sich diesmal. Ey, da kann ich den Lux rein. Oh, da ist einer close und pumpt. Das fängt gut aus. Wer hat sogar so nett und sagte sogar, welcher es ist. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist, weil der Kick nur 20 braucht. Du kannst hier quasi jeden Kacken, den du willst, auf 20 groß, da drückt jeder mal ja. Der Lux ist ein Pumpto, wir brauchen hier einen AT-Lamp-Pumpt. Joh, da kommt viel durch den Eingang. Auf jeden Fall Handgranaten reinwerfen, da ist richtig viel los. Die hab ich leider nicht. Warte, falllos, ich werfe. Hast du eine Klasse ohne Handgranaten? Dann nimm eine Klasse mit Handgranaten. Schießt da die Panzerfaust auch direkt in die Gasse. ich habe einen gemistert ich weiß nicht mehr genau aber ich kann dir sagen dass von links jetzt auch gegner kommen bei mir hat man eben in den rücken geschossen aber von der kirche kommt jetzt auch was da oben ist doch einer drin oben im haus ist einer drin vorsichtig richtung kirche in dem haus oben sitzt einer der hat sich doch sehr clever bewegt mit dem sidestep wo soll ich denn oh entschuldigung deletion 72 oder lebt noch gut ja ist jetzt soweit safe können versuchen rauszudrücken der war schnell der war jetzt richtig schnell ja die halten uns hier noch drin gut so wie sie es halten die haben übrigens gerade keine panzer mehr auf dem feld aber eine speedrunde wird das hier nicht mehr kann ich mir mit sicherheit sagen ich kann das auch nicht mehr speed durch cappen die gegner ja ja Oh, ihre Art, die geht auch voll steil auf uns. Ne, wir müssen wieder diese enge Gasse da dicht machen, da schießt die Art ja auch die ganze Zeit von beiden Seiten drauf, also unsere schießt ja drauf und ihre auch. Ja, sie sieht da in dem Mittelstück zwischen den beiden Wegen. Ja. Ja. 4 steht noch vor uns Panzerkampfwagen 4 der Gegner noch Denk Mark da war drauf mit seinem mg sein gegönnt da hätte ich wenig machen können den hätt ich nur irgendwie preaimt können aber der hat sich komplett abgecampt warum blinkt man außenposten schon wieder deswegen die arti hat aber jetzt die schießt hier direkt auf der punktmitte die haben das hier ganz schön gut unter kontrolle gerade noch weil wir jetzt noch gar nicht hinter denen haben jetzt natürlich für die gleich abend hallo ja aktuell nicht das ist der pz 4 den du mir da gewinnt hast kann ich eh nicht markieren ja ok da eben übrigens andere richtung eher head up müsst ihr aufpassen wenn ihr da lang lauft den laufweg haben sie auch dicht gemacht ich weiß nicht ob der brücken laufweg bei zoll noch geht keine ahnung ja ich möchte den brücken laufweg ausführen kommen dann kriegt er halt da auf die glocke nehme ich alles kann man machen wir versuchen also ich versuche auf zoll zu kommen und ihr seid halt noch in der defense wenn ich einen ausposten vorne kriege dann könnt ihr mit nach vorne kommen ja es ist tot das heißt ich komme nicht rüber ja nicht nur ja mal gucken hier die Welt schreckst ja irgendwie Ich denke, ich fahre. Fahnen dabei Keucht sich hier wieder komplett einer ab Jetzt könnt ihr eigentlich vorne spawnen Wow Alter was Der up-Aimer war jetzt aber wirklich strong ey Der war jetzt wirklich wirklich strong Der hat mich ja Naja ich habe jetzt einen drin Steppen hören Und einer war außerhalb der hat mich abgeaimt gehabt Linke Seite bei irgendwelchen Holzstapeln Der hat mich gut abgeaimt gehabt der Typ Der hat mich richtig gut abgeaimt gehabt Uiuiui Oh unser OP ist weg Unser OP ist weg Da ist einer durch die Gasse gelaufen Ach nö ey Jetzt laufe ich da wieder an Einer rennt da lang und der sieht man OP Weil ich gerade dabei bin auf die Mauer zu warten Es ist so viel Pech jetzt Und die Mitte hier ist halt nicht mehr safe ne Je länger ich aus der Mitte raus Wenn da muss nur einer reinkommen Dann ist das Ding in der Mitte schon durch Das ist halt echt Eine harte Karte hier was die Mitte angeht Mit Ortszentrum Ja da darf eigentlich gar keiner reinkommen Also jetzt müsste er leider eine Runde erstmal wieder hinten in der Defense spawnen Dann soll man wieder die Straßen durchgehen Wenn der nächste OP wieder vorne steht dann könnte er wieder vorne spawnen Vielleicht kriege ich auch so viel Tempo hin dass der OP da gleich wieder steht Ich hätte es gerne in den Büschen Ah guck mal noch ein Satz Ja also ich Weg damit Ja Ortszentrum Wir müssen in die Defense rein Ortszentrum wird auch gerade angecappt Sonst wird es zu hart Ja wir werden angecappt Wir brauchen mehr in die Defense Ach ja du willst aber nicht die Pazar Wir brauchen mehr in die nächsten Okay Die sind ein Pazar Oh, das ist jetzt ein bisschen. Nö, müssen wir nicht, wir cappen schneller als die. Ja, da laufen da viele. Oh nein. Noch Sharp, der wahrscheinlich noch kackt. Ja, der D4 eben jetzt nach der H2 über die Brücke. Haben wir gecappt? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann halten wir das jetzt erstmal. Kalt kann ich leider nicht kochen. Ok, komm ihn. Bitte? Ne, war kein Schiffwort, ich hab gesagt, kalt kann ich nicht kochen. Der ist immer heiß, der muss brennen. Achso, hä? Ne, der Typ ist tot, der Typ ist tot, alles gut. Achso, ne, ach, kalt kochen versucht. Achso, äh, keine Ahnung, ich kann eigentlich gar nicht kochen, ich bin ganz schlecht. Das ist doch schwierig. Ey, da stand ich jetzt echt lange auf der Leitung. Ist das jetzt wieder eine Metapher mit der Baustelle? Falls ja, hab ich es wieder nicht verschont. Schon okay. Wir müssen hinten auf jeden Fall noch das, was wir noch angekämpft haben. Ich hab hier direkt plassen und, äh, gewarnt. Ich glaube im Haus ist noch einer. Ah, die Jäten haben die einen Pop-Up-Partei. Oh. Ah, ich glaub ich wollte. Keine Ahnung, bitte. Ja, die spielen aber nicht so weit. Naja, stimmt. Vielleicht wollen die ja nicht. Ich hasse Nota-Bow-Netz-Bow-Netz-Bow einfach zu lange. Ja, vor allem sind die gar nicht in den Wartammischen Bows. Also das soll's hier gewesen sein. Na, schau. Und dann gehen wir noch weiter. Die Bunde gegen der Antil. Die Bunde ist noch länger. Das ist schon ne. Oder das ist heiß? Ja, weil das ist doch mal relativ. Ja. Boah. Jetzt komm mal, nicht rein. Warum? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch zwei Minuten dreißig auf, wenn es so gut ist. Die Streaming-Delay nicht mal erreichen, also Leute, bitte. Kannst du ohne Delay streamen, so schnell wie wir durch sind. Oh, falscher, falscher Chat. Ah, der Schoss, der Dongo ist da. Irgendeiner der anderen Obis. Was heißt er ist ein Streamer? Jeder kann einen Stream anwerfen. Ich drück, warte mal, Alt-F12 und dann nimm ich auf einmal auch ein Streamer. Das ist alles bei mir nicht wieder voreingestellt. Das funktioniert mittlerweile relativ einfach. GG. GG. GG, alles auch anders. Ich hoffe, die kleine Runde Karate hat euch gefallen. Wir sind auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und tschüss. Tschüss.